Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren React hier auf meinem Kanal. Heute geht es wieder um Stream Clips Germany Folge 253 Finger abgebissen. Und selbst der erste Friend gibt mir schon ein paar Fragen auf. Warum guckt ihr so auf den Uran-Utan und warum ist der überhaupt ein Uran-Utan? Na gut, vielleicht werden wir gleich aufgeklärt. Ich hau'n rein. Ich liebe den Becock und damit herzlich willkommen bei Stream Clips Germany. Was? Warum? Okay. Hier müssen die Kapseln! Content Warning ist auch ein lustiges Spiel. Wo ist der denn hergekommen? Könnte so bei dem, was ich jetzt sehe, im Moment schon Milchbaum-Stream sein. Ja, stimmt. Ey, Schatz. Mit der Person im Hintergrund noch mehr. Ja. Ich sehe eine Mülltonne, könnte auch Asche sein. Also, das ist die Kombination aus Asche und Milchbaum-Stream. Wir machen das. Oh, gewinnt, ne? Bei The Witcher, das gewinnt, fand ich recht einfach. Also war schnell zu verstehen. Und dann gab es noch diese, ja, diese Abkapselung, wirklich, äh, wo du nur Gründ gespielt hast. Das war irgendwie ganz anders und viel schwieriger gefühlt. Und jetzt habe ich gewonnen, aber, weil ich ein Drecksack bin. Du hast dein eigener kaputt gemacht. Hättest vielleicht mal lesen sollen. Schade. Und er so, ja, okay. Zehn Dosen hat sie. Dieser Hut ist groß. Der ist riesig. So, kommt, was hast du groß wie dein Kopf? Was ist das? Retro, einfach. Oh mein Gott, Schaft an sich ist so easy. Schaft ist so fucking easy. Das ist noch nicht vorbei, glaub mir. What? Er hat dich gebaitet, hey. What? Der Follower-Special, die habe ich ja noch nicht mal, die 1500 Follower. Also, deswegen. Das kann man doch gar nicht verwechseln. Was ist denn los, Alter? Okay. Nein, ich habe jetzt nicht gerade gedacht. Na, was tun wir so? Lass mich mal schauen, bin ich online? Ich wollte nicht online gehen, wenn ich online bin. Ach, cool. Hi. Hi. Ich habe gerade was aufgenommen und meine Makro-Taste aus Versehen angemacht, Chat. Das ist, äh, ich, ich, ja, eigentlich sollte der, eigentlich sollte ich gar nicht mehr online sein, so nach dem Motto. Ich wollte eigentlich eine Aufnahme beenden von einem Video, das ich gerade drehe. Schade. Top 3 ist doch super, Top 3 ist wie gewonnen. Warte, du bin ich. Top 4, Top 4 ist gut. Ja, Top 5 ist auch nochmal. Top 6, okay. Top 6, okay. Top 6, okay. Top 6 ist wie die Erste. Ja, darfst du nochmal machen, glaub ich. Dass wir eigentlich noch mal draufklicken könnten. Alter, was? Ach, warte mal, ich, das ist der, ich, ich weiß, wer das ist. Ich, ich weiß, ich weiß. Soll das nicht von, ähm, von, äh, wie hieß der, der Spiel nochmal. Ja, irgendwann hab ich, vielleicht sagt er das ja gleich. Ich weiß, wer das ist hier. Ich hab eine Ahnung. Ich glaube, da wurde eine Szene nachgestellt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nach dem jetzigen Tag, kann ich mir endlich einen neuen Kühlschrank leisten. Aber ich putz mal in mir Zähne. Und schnauze sie in die Nase. Das wäre ja richtig. Das ist morgen. Was ist das? Was ist das? Teufelswerk. Hä? Wann ist das denn überall? Das ist nochmal weiter der Gitsch, äh, skill, skill check, ähm, was der Killer halt so machen kann. Mit einem bestimmten, weiß nicht, Dinger nochmal, add-on oder wie Dinger heißen. What? Ist er stärker geworden? Oh, mein Gott. Oh, mein fucking goodness. Aha, you die. Alter, ich hab mir, ich bin gestorben. Ja, klar. Und auch mobile. Oh, mein Gott, Erik, bitte. Komm zurück. Komm her, komm her. Was ist das? Was denn? Ach, dein fucking Auer. Ich früher als 12-Jähriger vor der Wasserdüse im Freibad. Die Wasserdüse kennt ihr, ne? Wo das Wasser so rauskam und man als 12-Jähriger, der ja gerade seine Sexualität entdeckt hat und mal zufällig aus dem Becken raus wollte, an so einer Düse nach oben und gemerkt, fühlt sich ja gar nicht so scheiße an. Und dann hat man sich von dem Ding quasi ficken lassen. Kennt ihr, wisst ihr, kennt ihr auch, ne? Nee, kennt ihr überhaupt nicht, was? Nein. Wer lässt sich denn von einer Wasserdüse ficken? Das ist nichts komisches. Ah. Wasserdüsenbumsen war schon normal für so pubertäre Jungs. Ja, genau. Mädels wahrscheinlich auch. Nee. Hä? Oh nein, der ist im Loop gefangen. Das ist die Wege. Nein. 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 Katze denkt sich, was nein? Ich bin doch schon da. Du darfst nicht hoch. Du bist komplett in allem jetzt drinnen. Ach, du Scheiße. Was war das? Ich habe da die Steckdose auf den Stuhl gelegt. Jetzt hängt die hier mit allen Kabeln zusammen. Also. Was? Nein. Dann nehme ich deinen Stuhl. Bitch. Katzen sind so richtige Divas. Guck mal, das ist neu da oben, dass da Closed steht und das so Tag-Nacht-Dings da ist. Das haben die doch angepatcht, oder? Hä? Da oben? Da oben. In deinem Menü. Du guckst jetzt nicht wirklich in den Himmel, oder? Nein. Oh, da oben. Du hast mich abgelenkt, Patsy. Meine Nachbarn, hast du mich auf Lautsprecher? Meine Damen und Herren, wenn Sie für weitere fünf Minuten mein f***endes Elden Ring Gameplay sehen wollen, müssen Sie nun 599 auf dieses Konto überweisen. Wollen Sie weiter sehen, wie ich von meinen Stechern aufgestochen werde? Ja? Möchten Sie sehen, wie mich lange Schwerter penetrieren? Dann schauen Sie jetzt weiter auf Ihrem Bildschirm. Ja, du dreckiger Kleiner. Ich weiß genau, du willst das Anime-Mädchen-Leiden sehen. Okay. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Oh mein Gott! Nein, aber wirklich. Was passiert hier gerade? Ich muss leider kurz was aufschreiben, weil das lieber nicht noch war. Was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Was passiert hier? Mein Gott! Was ich außerdem definitiv sagen muss, ich werde die Sachen schwieriger einstellen. Das ist nicht nett! Das ist wirklich nicht nett! Ich weiß, dass das nicht nett ist, aber das muss sein, sonst brennt ihr meine gesamte Stadt innerhalb von fünf Minuten ab, Xerberus! Nein, aber wirklich, wenn der nächste Abbruch da ist oder so, dann... Oh, ich wollte gerade sagen, geil. Gott, aber. Coole Spiel. Alles gut, ich leb noch. Nichts passiert. Du hättest vielleicht den... einen Heelskill krassen Sohn. Das hätt ich nicht sagen dürfen, oder? Ich mach's mal in Weiß. Das hier... Nein. So. So. Hä? Okay, jetzt wird da so ein Tier draus. Das ist der gestiefelte Adler. Haha, okay, alles klar. Das ist der gestiefelte Adler. Ähm, für den Großteil der Menschheit ist, arbeitet er einfach nur ein Mittel, um Zeit gegen Geld zu tauschen, um halt irgendwie Geld zu haben, um die Zeit zu überleben. So. Tiefgründige Zitate folgen mir für mehr. Tiefgründige Zitate Mein Prinzip... Am großen Ganzen hat er recht. Tiefgründige Zitate Ja, wenn ich verscheiße... Tiefgründige Zitate Dann hab ich halt verschissen. Dann... dann ist das so. Tiefgründige Zitate Wenn ich verscheiße, dann hab ich verschissen. Hangyu, 2024. Tiefgründige Zitate Tiefgründige Zitate Tiefgründige Zitate Tiefgründige Zitate 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 Ich hab deinen Namen falsch geschrieben. Warum hast du 27 im Namen? Hahahaha Weil ich die Wurzwand so schlimm... Änderst du dann deinen Namen jeden Tag? Äh, jeden... Jeden Tag? Okay Dann haben wir mal ganz knapp aus. Guck mal, ohne Scheiß. Ich baite den einfach. Tiefgründige Zitate Tiefgründige Zitate Mach aber ne 38 jetzt hin. Gell! Das ist Alf! Was? War Alf nicht das Vieh, was kleine Kinder gefressen hat? Katzen War Alf der der Kind... Oh, warte. Katzen! Katzen! Tiefgründige Zitate Ah, das ist fast das Gleiche... Das waren keine kleinen Kinder Tiefgründige Zitate Tiefgründige Zitate Sei froh, dass du mal eine Nase hast? Bist du blind? Komm her! Gucke! Guck! 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 Dieser Punkt in meinem Gesicht ist kein Pekel! Aua! Das ist ein Ben... Äh! Ein Benis? Folge auf Instagram, um immer bei einer neuen Folge benachrichtigt zu werden Okay Ich muss mal einen Kaffee hier trinken, der ist bald kalt Der... 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 Oh! Oh! Okay Oh meine Frisse, ey, mein Herz Und steuern! Tschüss! Ahhhh... Okay No! 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 Und weg! Na ist... Na... Nein ... Guck! Ok, sie ist grad vorwärts? Jetzt fängt sie drückwärts? Nein! Nein! Was hat sich in natural Ausleute? shoulders Aber ich glaube, wenn es rausgekommen ist, wirst du es nicht wieder als Funkpöschen benutzen, glaube ich. Bin ich jetzt dumm oder so? Die Frage war nur rhetorisch. Ich habe deinen letzten Twitch-Stream dreimal auf dich abgespritzt. Das war ja diese Scheiße. Als ich es gelesen habe, dachte ich mir, boah, das ist so dumm einfach. Das ist einfach so dumm. Ich habe deinen letzten Twitch-Stream dreimal auf dich abgespritzt. Das kannst du beim nächsten Stream bitte mehr Ausschnitt anziehen. Gib auch 10 Euro. Wo sind meine 10 Euro? 10! 10! Los! Wo sind meine 10 Euro? Die sind nie bei mir. Das ist so unfair. Du hast mega geile... Guckt! Wo sind meine DMs? Bei mir ist immer nur I love you. I love you. Du hast eine fette Nase. Toll! Die haben immer so schöne Crème de la Crème. Ich krieg gar nichts. Ich bin immer so neidisch auf die hier. Dabei bist du auch wunderschön. Kurz vor dieser Reaction haben wir das gemacht. Und mein kleiner Finger ist unnormal kurz. Der durchschnittliche kleine Finger ist anscheinend siebeneinhalb Zentimeter lang. Und meiner ist nur 5,2. Warum ist das relevant? Hä? Heavy Rain. Auch ein geiles Spiel. Ich habe ihn erschossen. Da stand RB. Ich dachte ich muss das drücken. Ich hätte aber auch sofort gedrückt glaube ich. Was? Ganz kurze Frage. Spielst du mit Keyboard oder mit Tastatur? Was mit Keyboard oder Tastatur? Äh mit Key... Mit Key... Katze! Nein das ist keine Katze. Katze? Was? Das ist ein Chameleon. Ich hab's nicht mal gesehen. Ich dachte die Gabel ist ne Katze. Was? Das ist ein Chameleon. Ich dachte die Gabel ist ne Katze. Ich dachte das hier ist ne Katze. Shit! Nee nee ich schaffe nicht. Ich würde nicht zu uns in den da drauf aufpassen ne. Komm doch close. Jo! Alles klar! Aber die haben schon gewonnen oder nicht? Hä? Wie siehst du mich eigentlich in echt? Siehst du mich wie da? Du siehst mich wie da ne? Und ich sehe mich aber wie da. Wie siehst du mich? Hier ist der Eyeliner. Das ist jetzt bei mir mein rechts. Ja und bei mir links. Und da ist es links. Wo? In dem Spiegelbild. Hier. In dem Kamerabild. Und hier ist es andersrum. Deswegen stresst mich dieses Bild auch immer. Weil das genau Spiegel verkehrt. Okay. Ich war nicht der Einzige der sich da erschrauben hat. Finde ich schon mal ganz gut. Oh Gott! Finde ich ganz gut. Finde ich ganz lustig. Oh das sind zwei. Nee hör was haben die? Die haben Körbe. Die haben gar keine Sägemesser. Was wollen die jetzt machen? Wollen die mich mit Körben beschmeißen? Oder was? Wollen die den Korb geben? Das ist wild. Ich wollte schon immer mal mit Körben beworfen werden. Ah! Okay! Ich wollte noch nie mit Körben beworfen werden! Hör auf damit! Wir haben jetzt nen Titel. Wir haben jetzt auch einen Ladennamen. What the... Was ist das denn? Dönerladen der... Lecker rein. Wir haben einen Ladennamen? Ja wir haben jetzt nen Ladennamen. Wir haben ne richtige Schilde. Ich habe uns ne Schilde gekauft. Oh mein Gott! Dein Name ist hier vorne im Busch. Juga als Dönerladen der Leckereien... Der Leckereien die lecker sind. Ja. Das ist der schönste Name der Stadt. Ja oder? Fucking Nippel sind einfach so empfindlich. Die werden wegen allem hart. Die werden hart, wenn du dich auf Essen freust. Die werden hart, wenn du dich erschreckst. Die werden hart, wenn dir kalt ist. Die werden auch hart, wenn du schwitzt. Ja man. Oh mein Gott. Warte, was? Warum? Warum geht das? Alles daran ist falsch. Okay. Okay. Hoppala. Ich hab mich nicht erschrocken. Doch hast du. Du bist doch Haskerson. Boah, er krabbelt hier immer noch um den Arsch. Oh, mit einem Schlag bin ich wieder da und wenden. Mhm. Ich hab einen Baum, das ist grad vor meiner Nase, die spawned. Oh Gott. Hier hinten hab ich noch super viele. Oh mein Gott. Ich möchte sofort dieses Spiel quillen. Aber sie hat immerhin noch gelächelt dabei. Finde ich gut. 23 Uhr und 45 Minuten. Ja, das schaffe ich locker. Hör auf, hör auf, hör auf. Nein. Wir gehen rechts rum. Hör auf, hör auf. Und verloren. Nee, Abbruch. Ab, nee, nee. Zählt Abbruch. Die zählt doch nicht. Die ist noch offen. Ich brech ab. Drei. Drei. Eins. Ach, das ist dein Finger. Mach doch nicht sowas. Hab ich dir weh getan? Das war so richtig doll gewissen. Ja, weil ich dachte, ich muss abbeißen, das wäre ein Spargel. Du kannst doch nicht deinen Finger ins Maul schieben. Mach sowas nicht. Alter, das kann sehr schnell in die Hose gehen, ne? Hm. Später eine hohe. Was sind das? Eine 10? Das ist eine 9, du Depp. Das ist eine 10, du Depp. Das ist eine 10. Das ist eine 10. Das ist eine 10. Du Depp. Oh nein, ich muss mich nicht mehr anschreien. Moment, das ist zu groß. Mach das einfach über deinen Kopf, Peter. Ja, du hast das wieder. Moment, da musst du sofort über einen Zapf kommen. Das machst du ja gut. Guten Tag. Nein, das ist doch so ein bisschen rum. Schön, dass ihr da seid. Ich habe gerade Bauarbeiten am Balkon und Terrassen und so. Und da wurde heute der ganze Boden abgespritzt. Mit so einem heftigen Druck, dass wir die Rollladen nach unten machen sollten. Also die haben richtig abgespritzt. Mit 11 kannst du die Map aufmachen. Niemals. Du bist tot. Also sie ist nicht darauf eingefallen, ne? Süchtag 2014. Könnte man überhaupt was denn kommen. Alter, mein Herz! Wahrscheinlich später erst. Deswegen nennen wir dich auch Mami-Suki. Ich habe schon graue Haare. Ich habe schon graue Haare. Magst du Milf? Oh Gott! Ähm... 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 Ich äh... Hä? Ich werde leeren. Aber nicht. Offensichtlich. Offensichtlich. Kennt ihr das so, wenn ihr manchmal im Bett liegt und euer Ohr umklappt und ihr auf eurem umgeklappten Ohr schlaft und das dann so richtig scheiße weh tut, wenn ihr das dann irgendwann bemerkt? Hattet ihr das schon mal? Nein? Nein? Ich klappe nur nicht um. Nee, was? Nee, nein? Was? Nein? Das war's jetzt mit dem, ähm, mit der Eule. Wir sind fertig geworden, Leute. Wir sind jetzt einfach fertig. Ganz cool. Tadaaa! Ich hab Angst. Hey, warte mal. Was war da mit den Sachen? Oh mein Gott. Das sind ja noch zwei Teile. Das gehört zum Urwerk. Wir Menschen, die Laktosetoleranz ist evolutionär gesehen auch sehr frisch. Also deswegen gibt es auch so viele Leute, die keine Laktosetoleranz haben. Wir Menschen sind eigentlich auch nicht dafür gemacht, Laktose nach unserem Säuglingsalter weiter zu konsumieren. Eigentlich. Wir haben uns dazu evolutioniert, länger Babys zu sein. Ja, naja. So fühlt sich das auch an auf Social Media. Oh Gott, ja. Vor allem Twitter. Ja, stimmt. Boah, der hat sich rein weggepackt, ey. Alter Scheiße. Ja, was steckt da noch drin? Ich hab doch gesagt, du sollst dich nicht maulen. Ist so. Lichten sie auch eine Wurst zum Mittagessen? Gar kein Problem. Wir haben sie einmal für sie weich, schmeidig und wenn sie auch wollen, ein bisschen hotter, ein bisschen schärfer. Nur für sie und für die ganz schlimm Stavina. Auch für andere Dinge im Leben. Oh, what the fuck, ey. We're like diamonds in the sky. You were shooting stars, see the vision effects I see. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I don't know how we speak up. Run right away. Run right away. Okay. Alles toll. Ich hab noch meinen 175er Firewoofer, den werd ich gleich mal brüten. Und einen 185er Lightningwoofer. Ich glaub, sie meinte mich, oder? Ja, aber ich find auch deine Eier geil. Alles klar, okay. Ah, ess Joghurt. Ess Joghurt. Ess Joghurt. Ess Joghurt. Ess Joghurt, wollt ich sagen. Ess Joghurt mir in der Stirn, genau. Komm gerade aus der Spätschicht und seh zum ersten Mal ins Game rein. Was ist dein Fazit? Bis jetzt sind zwei Sätzen, gut Spiel. Gut Spiel. Jetzt nicht mehr. Wir hatten's ja vorhin, Fazit, ja. Mann, nur Spiel. Ah, gut Spiel, wenn nicht zweiter Absturz. Okay. Wenn Sie den Verkauf von Spülmittel ankurbeln wollen, rufen Sie mich an. Oh mein Gott, seitdem er hier bei mir ist, benutze ich so viel mehr Spülmittel. Danke, Priel. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bleibt gesund, werdet gesund. Und ich hab Giz in my pants, Mann. Ich bin irgendwie gerade ein bisschen müde geworden nach diesem... Ich bin irgendwie gerade ein bisschen müde geworden nach diesem... Mit diesem Video. Alter, irgendwie weiß ich nicht. Da waren so viele komische Dinge dabei. Das war's dann von dem Video. Also bis dann schon wieder. Doing so.